Hier, dein Vertex programmable Prozessor kannst du auch nicht bauen, weil du dein Intelligent-Center... Wo war denn dein Einsatz, Ply? Ich kämpfe hier und du lässt... Mann, Alter! Was war denn da los jetzt? Keine Ahnung, er war neben mir, da war er vor mir und dann war er tot. Vor allem, wo ich ihn wieder gehört habe, diese Drecksounds, die gehen mir so auf den Sack, Alter. Hinter mir, rechts, auf einmal war er vor... Oh, jetzt habe ich einen Bär erschossen. Das ist auch gut für die Quest. Mal gucken, vielleicht ist ja jetzt mal endlich der Hotelschlüssel. Oh, ja. ...zu kaufen. Ach, Mission Park 1, ja. Mal gucken, das kann doch nicht sein. Das kriegst du nicht für Geld, Alter. Das kriegst du nicht für Geld, das Ding. Kann ich die Quest nicht machen, Alter? Aber... ...übel. Übel. Da läuft auch sinnlos. Das Licht braucht keiner jetzt. Nee. Wenn das H-Pack sieht, dann... ...brennt hier die Luft, genau. Ganz unten bleiben, ich komme gleich zurück. Ich komme gleich zurück. Der Schlüssel hat sich immer gut gelohnt. Ich glaube, der bringt doch 80.000 Erschlüssen, oder? Ich weiß es nicht. Der Ratchet. Da rennt was. Vielen Dank. Ey, bringen mir meine Scheffs-Scheiß-Meltonin und zwei Pistolen und noch so ein Rotz. Da kann ich den Moonschein auch selber saufen. Ja, auf jeden Fall. Meltonin ist zwar cool, aber das hat mir ja Blei. War ja mein Geber fürs Meltonin. Oh, so lieb ist er dann. Das ist Moonschein-Verschwendung. Wenn du überlegst, 52.000, verkaufe ich meinen Moonschein. Und zurück. Und weg. So, wir müssen dann hier hoch Richtung Concordia. Und da ist unser Exit unterwegs. Könntest du nochmal in deine Garage? Okay. 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 Scheiß Käff. So, now I'm going to go over. So kommen wir da hier rein? Nee. Aber hier braucht's Sparjahr. Brauch's Dinger, ja. So, dann krieg ich in eine komische Garage. Wo ist denn die Drecksgarage? Ja, links. Hier, links ist da, hier ist das Dreckding. Reiner, Mensch, Kerls, macht euch mal deinem Vertrauen. Oh. Bin tot, hat einer drin gekämmt. Was kennt denn der Theater? Muss man nicht verstehen. Ah. Scav oder Spieler? Spieler natürlich. Ach so, ein dummes Schwein. Ich hab keine Nate mit, Alter. O. No, no, no. Weitere Zitul. Vielen Dank. 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 Das wimmelt aber eigentlich nur von Skefts hier hinten. Ja, das wimmelt. Das wimmelt auch in der Garage. Das wimmelt. Ja, das wimmelt. Das wimmelt. Ja, das wimmelt. Ja, das wimmelt. Ja, das wimmelt. Das wimmelt. Ja, das wimmelt. Ja, das wimmelt. Das wimmelt. Das wimmelt. Das wimmelt. Das wimmelt. Das wimmelt. Ja, 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 das wimmelt. Das war's. Das war's.